UNTERTITELUNG Mama, ich möchte einen Hund haben. Was? Nein, dein Hund ist die Geige. Jonas, komm doch mal her. Willst du Alexander nicht mal begleiten? Jonas, konzentrier dich bitte. Komm, nochmal. Ich spiel nicht mehr. Bitte nimm die Geige und spiel weiter. Ich lasse mich in Ruhe, ich spiel nicht mehr! Anna, es ist etwas, was du machst, Jonas. Ich arbeite nicht viel. Du bist spät dran. Ich habe den Bus verpasst. Im Konzert wartet auch niemand auf dich. Nochmal. Nein. Nein. Sie finden, dass er zu wenig übt? Es sind mittlerweile wirklich vier Stunden am Tag. Ein bisschen schneller. Du schleifst die Töne. Das violon, Anna, ist nur eine kleine Partie der Welt. Ich denke, beim Spielen die ganze Zeit, ich schaffe es. Er ist unter dem Arm. Ein bisschen schneller. Weiter. Lass locker. Mann. Entfernen Sie uns einen Weg auf dich. Mann. 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 Wir sollen das noch tun. Patty-Man.